HAKUNA MUTADA MUCHACHOS Hier bin ich wieder, euer Dekonstruktivist von den Losers und ich dachte mir, wir zocken heute mal eine kleine Runde Unfair Mario Die Musik finde ich ja schon mal richtig geil und da ich ein mieser Jump'n'Run Pro bin Und da ich ein mieser Jump'n'Run Pro bin, dachte ich mir, das passt zu mir Das musste man machen Also, los geht's Theoretisch, Steuerung ist recht easy, wenn er nicht so sliden würde Aber, wir fangen mal an, würde ich sagen ZACK Ich komm nicht mehr auf den ersten Hügel Also, zACK und da Toll Hätte ich mir auch denken können, dass der erste Hügel erstmal Ey, das lacht ja schon super an, ey Was zum Fick Ja, 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 nein Och, ey, was zum Teufel Ne, das war abzusehen, dass es nicht klappt Jo Jo Hu Wie komm ich denn da rüber, Mädels? Sag mal an jetzt Hu Irgendwo hier ist also ein Ding, das runterfällt Vorbei Oh, 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 huuuuuh Nein, das... Fick dich! Zeg. Und? Next Level Shit? Was haben wir da? Pass diese Blocks underneath. Hahaha. Geile Typen, Alter. Ich dachte so, wahrscheinlich machen Sie das absichtlich, weil die Leute denken, den kann man nicht vertrauen. Ich spiele einfach oben drüber. Dachte ich mir, das erkenne ich. Der Geist einfach. Mach einfach mal das, was die sagen. Damit rechnen die nicht. Und dann verarschen ich mich so. So, was meint ihr? Der Nächste, oben drüber oder unten drunter? Awww... Checkpoint! Oh! Nein! Ah! Serious! Awww... Fuck you! Fuck you! So, und jetzt den richtig weiten Sprung... Prost! Ich hoffe, lehrt das wieder zum Springen. Kann auch nicht klappen. Das ist so reflex, wisst ihr? Ich bin Computer-Gamer. Ich zocke nur am PC. Wenn ich springen will, dann lehrt das du. Huah! So, und hier ist jetzt irgendwas. Irgendwo, für irgendwas ist dieser Scheiß. Komm ich auch drauf? Komm ich nicht. Nein! Oh, das ist das Ziel. Da ist das Ziel! Schaffen wir es, um zu sterben? Das Ziel! Das Ziel! Da! Los! Das... Ey, dieses Scheiß-Tisch! Guck mal hier! Das leidet so mies! Zack! Zack! Oh! Ey! Ich bereue es jetzt schon, dass Gamer angefangen zu haben, ey! Meine Fresse! Nein! Ich war doch fast drüber! Na! Na! Ey! So! Irgendwohin noch ein Stückchen weiter! Was geht ab, Alter! Was geht ab, Alter! Hauptsache, der Programmierer dachte sich einfach nur, ich mache überall Fallen hin! Und dann... Fick ich alle! Alle, die das zocken wollen! Und es klappt! Gar nicht so schlecht! So! Und jetzt genau an die Kante! Huh! 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 Wir haben es geschafft, Mädels! Und jetzt! Next Level! Level Complete! Level Complete! Space for Next Level! Watch out! Fck you! Fck you! Wollte die Mausseiger wegmachen? Die Müsse Fika, Alter! Don't fall in! OFF! Oh nein, der hat mich vergessen! Oh! Ey, das ist doch... Unfassbar! Ooooooh! So, und jetzt auf das... Komm ich da drauf? Ja, ich komm da drauf! Und noch einmal! Nein! Und nur da oben, Mädels! Unten oder oben! Nein! Falsch rum! Ich verkacke immer bei 50-50-Schossen! Immer! Immer! So! Unten drunter und hier passiert irgendwas! Ich komm nie im Leben drüber! Ich glaube, ich weiß schon, was ich da machen muss! Ich glaube, ich weiß schon, was ich da machen muss! Ich muss bestimmt mich hier auf die Kante stellen! Geht das? Oder sterbe ich? Oh yeah! Es geht bei ihm! Nein! 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 Ey, 33 Tode, ne? Ich spiele das Game seit wie lange? Sieben Minuten! Seit sieben Minuten! Tja! Wir müssenliegen sein! Ja ich bin! Und wie lange hier hängen? Und wie lange hier hängen? können doch auch also immer konzentriert bleiben nicht einfach so losrennen ja mit und oder unter dort die vorhandel das ist ein verfickter ernst dort checkpoint ungefähr 20 meter nach level begin Und trotzdem stirbt man 5000 Mal bis, ohne hinzukommen. Et, et! Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Ich war nicht auf diesem Kackding drauf. Ich bin genau an den Rand gesprungen, genau gegen die Kante, um runterzufallen. Das finde ich ziemlich unfair, muss ich sagen. Das finde ich unfair! Nein! Nein! Scheiße! Wieso? 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 Erstmal, Borum-Schlückchen hier. Wieso? 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 Wieso tue ich das? Nein, das war doch das Ding mit den Stacheln! Komm schon! Stell dich mal an jetzt! Jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo So... So, runter... Spring... NAAA! Ey... Wieso? 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 Böb De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Uhhh, bei der Musik werden Kinderzimmerungen. Kinderzimmerung wach. N64 und so. So. Nein, nicht auf das... Hey, zum Glück. Oh, der ist geil. Nein. Nein, ich bin doch schon wieder da. Ich dumme oder was. Ich dachte, ich werde mal mal stumm vorwärts einfach nur überlaufen, aber... Nein. Wie geht's denn zurück? So, ne. Ich bin dämlich, ne, aber zockt das mal selber. Ganz easy bei Google. Unfair Mario. Findet ihr bestimmt 5 Millionen Mal. Man kommt sich echt so ein bisschen dämlich. Dezent. Dezent dämlich. Okay, da ist so ein Ding. Ey. Oh. Oh. So. Ist da unten eine Falle, ist da keine Falle. Nein. Nein. Oh, das dumm ist, dass ich keine Ahnung, wie hier rüber kommen will, ne. Ich hab nicht die... die geringsten Plan... wie... wie... Oh. Oh. Ey. 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 m wir sollen was sie jetzt der nächste kaputt oder überlässig kaputt da war das Ziel schon wieder nein komm jetzt diesmal schaffen wir es die Macht ist stark in mir so der nein wieso es leidet der so behindert so den haben wir hier ist noch eine Fallgrube der geht der geht der geht der geht auch und ja huuuu geschafft I did it so machen wir noch machen wir noch nein nein schreibt mir drunter Muchachos schreibt mir drunter ob ihr das noch weiter sehen wollt sehen wollt wie ich ausraste ich hab sogar schon eine kleine Träne in den Augen ähm ja kommentiert oder liked Daumen nach oben falls äh ich das nochmal zocken soll an für Mario ansonsten am Wochenende am Sonntag wahrscheinlich schon fängt es an mit den Elder Scrolls Online Let's Plays und irgendwann nächsten Monat werde ich mir auch mal Titan voll zulegen da kommt das auch noch ja liked teilt kommentiert wir sehen uns das nächste Mal haut rein Muchachos